Hallo liebe Freunde, es kommt ein Lied für alle Knastfreunde hier. War schon jemand von euch im Knast? Wenn ja, Hand hoch. Außer mir noch drei Stück. Sehr dürftig. Okay, Knut Englmann und da ist a Raiden Soundblock Nummer 9. Alle, 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 wacht zu mir. Ihr wisst, was du jetzt heute zum Haul jetzt? Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018